Mario Barth, geboren am 1. November 1972 in West-Berlin, ist ein bekannter deutscher Komiker und Moderator. Er wuchs im Bezirk Mariendorf auf und war das jüngste von fünf Kindern. Marios Vater stammt aus Ulm, seine Mutter aus Oberbayern. Er besuchte die private katholische Schule St. Marien in Neukölln und war als Kind Messdiener. Vor Beginn seiner Comedy-Karriere absolvierte Mario Barth eine Ausbildung zum Elektronik- und Nachrichtentechniker bei Siemens in Berlin mit der Fachrichtung Telekommunikation. Anschließend studierte er Schauspiel und nahm an Comedy-Workshops an der Kölner Comedy-Schule teil. Er begann seine Bühnenkarriere mit kurzen Auftritten in Fernsehshows wie Nightwash und Quatsch-Comedy-Club. Im Jahr 2001 startete Mario Barth seine erste Bühnenshow, Männer sind Schweine, Frauen auch, und ziehen schnell die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. Mario Barth erlebte im Laufe seiner Karriere viele große Freuden. Eine der größten Freuden ist der überragende Erfolg der Sendung, Männer sind Schweine, Frauen auch. Auf DVD erreichte Platz 3 der deutschen Albumcharts und wurde mit zwölffachen Platin und einer Goldschallplatte ausgezeichnet. Große Erfolge feierte auch die Show, primitive but happy man, die 2006 den deutschen Comedy-Preis gewann. Im Juli 2008 stellte Mario Barth mit seinem Auftritt vor rund 70.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion einen Weltrekord als meistgesehener Live-Comedian auf. Was die Liebe angeht, ist Mario Barth eher verschwiegen und erzählt nur selten von seinem Liebesleben. Es gibt nicht viele öffentliche Informationen über seine persönlichen Beziehungen. Daher ist es schwierig festzustellen, ob sein Liebesleben erfüllt ist oder nicht. Allerdings könnten Ruhm und ein voller Terminkalender sein Privatleben beeinflusst haben. In der Familie gibt es keine konkreten Informationen über die Tragödien, denen Mario Barth ausgesetzt war. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie kann jedoch eine Herausforderung sein, insbesondere wenn sie eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens sind und viel Druck und Erwartungen haben. Zu den großen Traurigkeiten im Leben von Mario Barth gehörte der Druck der Öffentlichkeit und die Kritik. Als berühmter Komiker kann er sich den negativen Kommentaren und der Kritik der Medien nicht entziehen. Er meisterte diese Herausforderungen jedoch und entwickelte seine Karriere weiter. Seit Beginn seiner Karriere hat Mario Barth viele Höhen und Tiefen durchgemacht, doch seine Beharrlichkeit und sein Talent haben ihm zu vielen bemerkenswerten Erfolgen verholfen. Die Traurigkeit und die Herausforderungen in seinem Leben haben seiner Leidenschaft und seinem Engagement für die Komödie keinen Abbruch getan und er ist nach wie vor einer der beliebtesten Komiker Deutschlands. Das Leben und die Karriere von Mario Barth halten noch viel Interessantes und Herausforderndes bereit. Obwohl er viele große Erfolge erzielte, verlief das Leben nicht immer reibungslos und er musste sich vielen Schwierigkeiten stellen. Eines der denkwürdigsten Ereignisse war 2008, als Mario Barth im Berliner Olympiastadion den Guinness-Weltrekord für die größte Live-Comedy-Aufführung vor rund 70.000 Zuschauern aufstellte. Dies ist nicht nur ein durchschlagender persönlicher Erfolg, sondern bestätigt auch seine Position in der internationalen Comedy-Branche. Dazu gibt es die DVD, The World Record Show, Primitive but Happy Men. Die Aufnahme der gesamten Aufführung wurde zu einem Bestseller und bestätigte die Liebe des Publikums zu ihm. Trotz großer Erfolge erlebte Mario Barth auch viele Schwierigkeiten und Belastungen. Als Berühmtheit muss er sich der genauen Prüfung durch die Medien und die Öffentlichkeit stellen. Kritik an seinem Humorstil ist manchmal persönlicher Natur und setzt ihn einem großen psychologischen Druck aus. Seine Entschlossenheit und Leidenschaft für die Komödie halfen ihm jedoch, diese schwierigen Zeiten zu überstehen. Über Mario Barths Familiengeschichte ist zwar nicht viel öffentlich bekannt, aber die Herkunft aus einer großen Familie und das Aufwachsen in einem streng katholischen Umfeld könnten seine Persönlichkeit und sein Verhalten beeinflusst haben. Allerdings gibt es keine Einzelheiten über größere Tragödien in seiner Familie, was darauf hindeuten könnte, dass er aus einer stabilen und liebevollen Familie stammte. Einige traurige Ereignisse im Leben von Mario Barth hängen möglicherweise mit unbefriedigenden Karrierephasen zusammen. Obwohl die meisten seiner Shows und Produkte erfolgreich waren, erhielt er nicht immer uneingeschränkte Unterstützung von Publikum und Kritikern. Solche Zeiten können für sie schwierig sein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mario Barth ein talentierter und zielstrebiger Komiker ist, der viele Herausforderungen gemeistert hat und bemerkenswerte Erfolge erzielt hat. Sein Leben und seine Karriere sind eine farbenfrohe Reise mit großer Freude durch künstlerischen Erfolg und Schwierigkeiten und Druck durch Ruhm. Doch mit Leidenschaft und Hingabe an seinen Beruf glänzt Mario Barth weiterhin und bringt Millionen von Zuschauern auf den Weg. Anverstanden sich Claudia und die beiden Mitbegründerinnen Victory und Tori sehr gut. Claudia kannte einige der früheren Kampagnen des Unternehmens und wollte unbedingt an ihrer neuesten Aktion namens Rebirth teilnehmen. Das Ziel der Kampagne war es, die Vielfalt zu feiern. Das gängige Schönheitskonzept wurde schon oft infrage gestellt, vor allem aber im letzten Jahrzehnt. Die Modeindustrie war gezwungen, die Art der Mädchen, die sie für die Shows castete, zu überdenken und zu prüfen, ob die Aufstellungen vielfältig genug waren. Aber das bedeutete nicht, dass sie sofort vor der Veränderung kapitulierte. Claudia fühlte sich geehrt, an etwas teilzunehmen, das sich darauf konzentrierte, farbige Frauen auf der ganzen Welt zu stärken und zu ermutigen. Außerdem wollte sie diese Frauen dazu inspirieren, ihren Platz in der Welt der Mode einzunehmen. Im Jahr 2016 stand die Welt für einen Moment still, als sie zum ersten Mal diese ganz andere und auffällige Schönheit bemerkte. Die Mitarbeiter von The Colored Girl waren stolz darauf, diese dunkelhäutige afrikanische Jugendliche einem breiteren Publikum vorzustellen. Mit ihren 20 Jahren war das neue Model nicht darauf vorbereitet, über Nacht eine Sensation zu werden. Ihre bescheidenen 300 Follower in den sozialen Medien auf Instagram stiegen innerhalb weniger Tage auf unglaubliche 350.000 Follower an. Ein Diversitätsbericht des einflussreichen Modemagazins The Fashion Spot übte subtilen Druck auf Shows wie die New Yorker Fashion Week aus, um Veränderungen in dieser wettbewerbsintensiven Branche herbeizuführen. Und viele glaubten, dass Claudia das Gesicht dieser Veränderung sein sollte. New York brachte neue aufregende Möglichkeiten mit sich. Im Jahr 2017 trat sie in einer Werbekampagne für die französische Kosmetikmarke Make Up For Ever auf. Obwohl dies eine große Ehre und ein Privileg war, ist das größte Privileg für Claudia persönlicher Natur. Sie schätzt sich glücklich, dass sie ihrem Bruder, der die gleiche dunkle Haut hat wie sie, helfen kann, selbstbewusst zu sein und zu akzeptieren, wie er geboren wurde. Die Agentur Colored Girl hatte die Ehre, sie beim Aufstieg zu vertreten und sie fühlte sich privilegiert und sicher, dass sie ihr Karrieremanagement ihnen anvertrauen konnte. Und glücklicherweise hat Claudia seit ihrem über Nacht erfolgten Aufstieg kaum Mobbing in der Modelbranche erlebt. Im Gegenteil, sie hat viel Unterstützung und Ermutigung von Frauen und Models à la Couleur erfahren. Heutzutage nennt sie sich selbst die Melanin-Göttin. Ihre unglaublich dunkle Hautfarbe ist ihr größter Stolz geworden, aber ihre Arbeit ist noch nicht getan. Obwohl die Modeindustrie einen langen Weg zurückgelegt hat, um ihre engen, restriktiven Schöne zu schützen,